hallo 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 und herzlich willkommen in youtube bei eurem mh2605 zu einer gta online challenge mit dem sony styles gaming servus und zwar ist heute die challenge besoffen und bekifft ein rennen zu fahren und zwar ist erlaubt wein zu saufen whisky der da steht und da hinten die bonk und ich würde sagen tubi kommen wir hauen uns ein rein alter okay ich fange jetzt erst mal mit etwas zu leisten ich schaue mir gleich war das kann jetzt eine weise klappt nach dem dritten mal ich mal richtig besoffen aber man muss aber aufpassen ich habe gläser von wegen immer zu viel zu oft kann man dran sterben oder so ja schon ordentlich schon ein durchgezogen hey da verreckt dahinter der fängt an zu husten hey all der mann ich bin schon gut rufe aber sonst ist zu viel alter bei mir schwankt jetzt schon ich kann nix saufen tubi lass mal an trinken ja was immer die ziti mal die rein rein aber kann jetzt aufhören ja okay damit man aber so geil geil es geht langsam weg da ich trinke jetzt vier whisky's und der topi trinkt noch zwei und dann gehen wir gehen wir los oder okay komm mit rinke noch rein nach dem dritten alter alter sieht alles so besoffen aus und alles so tunnel siehst du äh digga oh es geht bei mir wieder weg ok bei mir ist wieder alles klar oder kollege ist gut ruf du musst 56 stück dringend er ist er darf nicht zu viel trinken jetzt wird schwummerisch du gehst schon nach hinten du hast einen durchdorn an alter kommen wir trinken noch ein kann ich was anderes trinken ja ich trink mal wein okay darf dir den wein sauf du den wein nicht weil er mir den dings rein alter den whisky okay deine aufnahme fertig habe es gerade auf dem desktop gesehen so oder kollege ist gut rufe ich sehe schon nix mehr tobi du musst ordentlich einen durch zwischen dann hält also du hast du einer geht noch ich habe gehört dass du viel es kann sein dass der charakter tot geht geht oder so ach da wird er halt zum alkohol okay jetzt hat er auf der toby jetzt kommen kommen wir gehen wir gehen zum auto kommen einer noch ziehst du mal in um oder was ich wollte mich nicht umziehen ich wollte eigentlich einer noch kann man eigentlich jetzt noch einen saufen ich weiß trinkt so viel wie es geht weil auf einmal hört er auf ich glaube du schwankst bei mir schon extrem ja tobi kommt ok da war ein bier und irgendwie gar nicht gehen eine garage tobi alter wie ich da rum wackel alter da dann nehmen die das auto das rote auto oder direkt davon aus kann ich nicht mehr bewegen alter oh nein ich wollte gar nicht raus na jetzt bei mir weg was was ist weg bis auf verdienst da ja ja schon ja 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 das war wenn du fahrstuhl rein gehst dann ist weg plopp bei mir nicht okay jetzt ist es bei mir weg da ist er alter ja das ist scheiße ich bin jetzt gerade in deiner garage ne ich weiß jetzt gar nicht wohin was nun egal egal da schwanken wir einfach um bedenken unsere neue challenge aus tobi ja zwar tobi du musst du musst dein auto nehmen er ist falsch noch mal raus und dann fahren wir dann nie und dann habe ich wieder mein auto die aufnahme starten laufen lassen oder ja ja weiter laufen okay so ich gehe mal laden ich meine eine garage ein okay habe gedacht die dann in sein eigenes auto oder wie ja ja laden ich trotzdem ein okay es ist wenn man besoffen sein aber trotzdem wenn du in der fahrstuhl überhaupt wirklich ane das geht nicht so das war select oder was glaube ich ich weiß nicht mir wie kannst du das in der appartement einladen select so jetzt habe es gelesen so zurück keil alter so wie es mich eingeladen ja ja schon habe ich die challenge lautet jetzt so viele wie möglich mit der faust um zu hauen ohne dass er wieder aufstehen und sind schwierig glaube ich und dann die zeit ist glaube ich die zeit zehn minuten ok hat so liebe volk leute diese die erste folge ich lasse jetzt weiterlaufen egal ob es ja ist es auch da muss halt ein ordentlich vorne durch gedonnert so also ich bin aber wo es ruckelt du gerade beitreten ja ja hab's nämlich gerade gemerkt weil es so ganz kurz geruckelt hat so oder hast du gerade musik laufen oder so tobi ja das ist das radio dahinten ok weil ich höre es gerade tobi mit auto ohne auto oder wie egal und nehmen wir mal das schöne mobil hier ich will aber das oder war das steige ein steige ein steige ein warte mal ich mach dir ich mach schon mal das musik aus so so geht aber sowieso wieder an da steht ein auto ich fahr gerade aus ich kann nichts machen so jetzt kann ich mich bewege warum fahrt er rückwärts tobi hört man saulaut alles bei dir ja warte mal ich kann mal bei mir kurz die einstellungen jetzt kann es bei mir noch leiser machen warte mal audio wo ist mein auto jetzt hinter mir geräuschkulisse so jetzt ganz ja was hast du gemacht also das ist so laut alter der ganzen aufnahme alter ich habe wieder laut mach weiter mach leiser wieder noch leise alter ja ich höre man hört das alles in der aufnahme fahrt falsche schalter wo ist jetzt so ich würde sagen die challenge beginnt gleich na ja ja so ich habe jetzt bei mir musik laut stärkung mal so höre ich jetzt noch was warte mal ich fahre ein bisschen rum jetzt höre ich nichts mehr ok gut so tobi der timer wird jetzt gestartet in zehn minuten ist es zu ende starten wo hat nur um um wix oder was hat so mit der faust aber mit der faust wie soll das gehen während dem fahren oder was ne aussteigen und dann die leute um weg auch du scheiße oder sind welche aber die dürfen nicht mehr wieder aufstehen ja um umgewichst um umgewichst 3 ich hab schon zwei stück vorne ist einer oh ich hab nen stern so den mal der weg absperren aussteigen ganz gemütlich so so den wix ich jetzt so rum der macht was du machst ein foto komm her hey geil tobi alter der macht ein foto ich trete ihn einfach zu und eins umgewichst 3 ich hab erst bis jetzt einer da vorne rennt nochmal eine komm her ah das ist so bescheuert wenn man den leute jetzt rennt der hoi ich bin schneller hallo bätsch klatsch nein wieso rennt ihr weg mach euch doch nix ich will euch nur umwichsen hallo bleib stehen bleib stehen bleib stehen ach nein wieso rennen die in die andere richtung alter ich weiß es nicht ich hab schon drei ja ich auch ja oh da ist einer den ich umwichsen kann go 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 oh jetzt hab ich meinen einen bumm umgewichst oh wow oh fuck bullies sind da ich lauf mal zu fuß hier durch die gasse oh oh überall bullie ja ich hab mal zu fuß von der polizei ab neun vier habe ich jetzt schon ich hab immer noch drei ich bin zu fuß unterwegs ich bin gleich tot und ja ich bin tot vier ne wenn die jetzt mein auto beschlagnahmen die penner rastisch aus hier ja komm ja natürlich haben sie es beschlagnahmen das war ja auch so klar ne penner ey wenn man bullen umwichst gibt's doppelpunkte ne mhm also zwei zählt er dann also ich hab schon sechse ich bin zu fuß unterwegs ich hab mein auto grad stehen gelassen pff so fünf ne sechs hab ich ja weil ich bullen umgewichst hab und hab drei sterne jetzt geil ich hab sieben aber ich hau ich ich verarsch die kopf immer ich geh immer durch so gessle durch ich hab sieben jetzt ne acht das stimmt ja acht ich hab doch vorher gesext gehabt ist idiot hast du bullen umgewichst du hast ja ja ich hab grad in der hinterkopf kamo ich hab die bullen am hals die bullen am hals ja die sind so doof ohne witz die lauf ganze zeit zu fuß rum ach oh da kommt nummer neun hallöchen schon mal neun neun ja da kommt schon ne kranke Wahl hier sext die 46 waren leuch ich hab den kopfừng so blöd alter Stefans Puff 10 Äh 14 Fuck und dann bin ich wieder tot 14 hab ich Weil ich nen Bulle noch umgewichst hab Okay alter ich komm fast nicht hier Geil alter das ist geile Challenge Ey die Leute umzuballern Weiß ich wie die umfallen Wie so nasser Sack ey Geil Such hier paar Leute Hey das gibt's doch nicht Es kann doch nicht sein dass hier keiner mehr ist Ich hab die Kopf jetzt schon wieder bald abgehängt Da vorne ist wieder ein den ich umballern kann Ja ihr habt die Kopf abgeballert Äh Abgehängt Abgeballert Ja genau abgeballert Da vorne läuft nochmal einer Hallo Komm mal hier Wie viel hatte ich jetzt 14 ne Ja 15 16 Nummer Ah der steht noch auf 10 Der zählt nicht Der zählt nicht Also jetzt hab ich 16 Ah alter jetzt muss der Ron anruf eh 16 Muss dein Kollege noch umwichsen Alter komm doch her Du plumpskuh alter Du plumpskuh alter 17 Ich geh irgendwie nur auf die dicken Ist grad so nervig alter Ah ja guck dir das doch mal an Man sieht's in der Aufnahme hier Ich hab schon mal 13 13 Oh alter Double 17 Ich hab jetzt bis jetzt insgesamt 14 15 Oh wie die umgefallen ist 18 19 16 20 Ey das sind keine normalen Menschen hier 17 Ohohohoho Die hab ich dir dermaßen grad 22 Nein ich sterbe Ach fuck Jetzt wollte ich noch ein Bulle umwichsen Da bin ich draufgegangen Hey Also 22 Hab ich schon mal 22 Ich hab jetzt insgesamt 19 So wie machen wir da noch ein paar rennen Ah ja Alter Ey Was ist denn heute los Man sieht in der Aufnahme fast nur so Ja So übergewiss Alter Das sind keine normale Menschen hier Was ist denn heute los Digga Ja guck mal Der rennt sich schon wieder weg Nein Nein In der Brücke Ich hab mich Ich hab Hab Suizid begangen Hab's aber nicht geschafft Okay So jetzt haben wir Hab ich schon 21 23 Ich drück immer auf Scheiß X Und sie gibt's Kommt nochmal zu Boah der kann boxen Alter kann boxen Ja die Manse wäre es Ich manse Äh Npcs 24 25 Alter Alter Ich tu Geldschäfte Wie die manche Wie manche fliegen Ne Alter Ich hab jetzt schon 23 Ich hab 25 Der eine rennt Hey der rennt Der rennt Der rennt Der rennt Von mir weg Ich hab jetzt fast 200 Ich hab jetzt fast 200 Dollar nur vom Boxen Vom Umwixen oder was Ja ja das ist wahnsinnig Darüber rennt er Darüber Ja da rennt Zwei Stück Zwei Stück Alter Tobi Direkt Umwixen 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 Nein Ah was mach ich Ah Ich hab immer noch 21 Jetzt komm her Jetzt renn doch nicht weg Du Spaggot Nein Nein Ach ich wollte Bolo umwixen Bin ich wieder drauf gegangen 22 So wo ist der nächste Ich hab 24 Ich brauch nur insgesamt Zwei Stück Der eine Ich renne zu einem Hinterher Der hat so einen Weißen Smokingarm Und er rennt Und rennt Und rennt Der rennt um sein Leben Alter Der weiß Der macht Ein Knockout Dann ist er platt Alter Jetzt rennt er Einfach über die rote Ampel Nein Ja Tot ne Nein Aber fast Alter Alter der hat ein Tempo drauf Ich hab Bulle abgehängt Jetzt kann ich wieder boxen Hoho Tobi wichst die Leute um Alter Alter man sieht Die ganze Zeit in der Aufnahmen Wie lange ich dem Typ hinterher Rennt Das ist schwarz Ja Danke Auto Jetzt kann ich ihn treten Okay der zählt Ne 22 Hab ich immer noch Ey Der hat nen Grad umgefahren 24 Oh da drüben sind es Drei Leute Alter 22 22 Oh Alter 23 25 Das war ne Nutte Entschuldigung Oh Sorry 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 du Schlampe 24 24 hab ich jetzt schon Mike Hier kommt nochmal 25 25 hab ich auch schon 25 Der rennt um sein Leben Der will nicht sterben Jetzt bin ich da 26 Selbst platt 26 aber 26 Alter ich hab jetzt schon wieder fast 400 Dollar Nur dumm So eine Minute noch Eins Eins Ich renne hinter dem Alter Alter Könntest du... Äh... 27, 28? Ich glaube, wir verlieren. Nein, komm her, komm her! Ich box die! Okay, ich hab 26. Ich renne weiter. Tschüss! Hallo, Copsi! Hallo! 26? Oh, scheiße, die schieße auf mich! 26? Nein! Was sind denn die direkt Barstarte, Alter? 28? 27, Alter, die schieße auf mich! 27! Aua, 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 Aua! Habt die Hälfte vom Leben verloren. 27... Wo sind hier... Wo sind hier noch Leute? Es gibt's doch nicht! 29? 20 Sekunden noch? Alter, ich sehe keine Leute mehr. Ich renne... Oh, da vorne ist einer! Da vorne ist einer! Die werde ich noch ummixen! 30? Ich glaub, mehr kann's, also... 31! Jetzt noch ne Nutte! 32! Oh, wie die wegfickt, Alter! Na, schon wisse Quone! Da vorne sind noch zwei! Da vorne sind noch zwei! Da vorne sind noch zwei! Da ist noch einer! Tut langsam mein Scheißfinger weh! Ich hab die Kopf aufgelenkt! 33! Oh, Alter! Oh, da vorne... Wie viele Sekunden noch eigentlich? Äh... Zeit ist um! Zeit ist um! Äh, toll! Zeit ist um! Zeit ist um! Ich hätte jetzt noch zwei Stück noch umgekauft, aber er hätte 29! Na ja, dann steht's jetzt 33 zu 29! Damit hab ich trotzdem gewonnen! Oh, der schießt mit der Shotgun! Ich kann einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, oder Tobi? Ja, ich muss einfach mal von der Kopf hier abhauen! Entschuldigung! Tschüss! Tschüss!